Jetzt hast du gerade hier oben gelandet. Vorher war der immer noch rosa. Ich habe es eigentlich für mich genossen. Ich hätte auch schon gerne ein Video davon gehabt. Wir haben... Der 13. Januar 2020. Ich will das von hier aus zeigen. Eigentlich steht es schon von hier aus. Aber das sieht man von hier aus nicht. Der 14. Januar 2023. Ich zeige es dir nachher vor. Ich zeige es dir nachher.